Maskenmenschen, Maskenmenschen Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Wir sind Reisende auf ihre Wege Aus einer fernen Welt Aber Sie Sie scheinen hier so aus zu sein Sich wohl zu fühlen Sie irren sich Ach, nicht doch Auf mich liegt alles ganz vortrefflich Auf mich Ebenfalls Hehehe Ich sehe Sie kommen wirklich aus einer anderen Welt Wie wird diese Nur schließlich abartig vorkommt Sie sind so bitter Wie So bitter Wie fühlt sich niemand wohl Nicht einmal Sie Sie sind ja auch erst kurzer Zeit hier Wir waren doch schon gestern bei Ihnen Verstehen Sie nicht Und am Tag davor Und davor Sie reden Um Sinn Hier verliebt sich niemand Wir waren schon sehr oft hier öfter öfter als Sie denken öfter als Ihnen lieb ist It Es gibt hier keine Ruhe Deshalb kommen wir teppich zu Ihnen. Sie geben uns keine Ruhe. Gehen Sie fort, woher Sie kommen sind, in Ihre Welt zurück. Nicht ein weiteres Mal. Nein. Ich will meine Ruhe. Die werden Sie nicht bekommen, wenn Sie uns wieder und wieder vor uns schicken. Lassen Sie uns rein. Sie verstehen nicht. Wir sind nun seither jeden Tag weiter zu Ihnen vorgedrungen. Und wir können nicht mehr zurück. Es gibt für uns kein Morgen mehr. Wir sind nun endlich hier und fast am Ziel. Jeder. Jeder Tag war uns ein Kampf für eine Zentimeter Schlacht zu Ihnen. Und immer mussten wir uns wieder zurückziehen. Weil Ihre Bitterkeit uns jedes Mal, wenn auch immer etwas später, in die Knie zwang. Jedoch gingen wir stets mit einem Zentimeter Erfolg an jedem Tag davon. Doch Sie... Sie wussten davon nichts. Sie wurden immer kleiner und schwächer. Und wir konnten Sie immer weiter zurückdrängen. Bis hierher. Und nun gibt es kein Zurück für Sie genauso wenig wie für uns. Sie sind zu schwach, zu klein. Und haben die Wand im Rücken. Wir dagegen sind die Heimischer, als sie denken. Wir können nun endlich zu Ihnen. Wir sind da.